Bitte können Sie mir erklären, warum Sie dauernd an die Decke schrauben? Das ist eine Spinne! Ach, warum? Ich sehe, ich sehe nichts. Jetzt lässt sie sich gerade runter. Lässt sie schon, lässt sie schon runter. Ach klar, holen Sie ein Wesen, damit wir das liebe kleine Tierchen befreien können. Ja, sofort, Frau Dr. Aber kehren wir nun zu unseren Fähigkeiten. Ich wollte ein Zitat von Charles' Daten brechen. Es stammt aus einem humanitalen Werken, die Entstehung der Arten. Ich bin so unterwegs. Die Vielfalt der Werbe, die mir reichen, die letzten Endes mit dem der Arten, sondern auch der Entwicklung der Arten. Ich möchte Ihnen jetzt dazu einige besondere Beispiele geben, über die wir da... Nein! Nein! Oho! Ihr böse, böse Buben und Mädels! Fliegen! Arsi! Arsi!